Sherlock Holmes ist ein Meister der Deduktion. Er nimmt seine Umwelt präzise wahr und trifft messerscharfe Schlussfolgerungen. In diesem Video bekommst du 4 plus 1 konkrete Schritte mit Übungen für den Alltag mit, mit denen du selbst andere Menschen besser lesen kannst und klarere Schlussfolgerungen treffen kannst. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg! Herzlich Willkommen, Benedikt von der Redefabrik hier. Im heutigen Video geht es nicht darum, wie ihr ein soziopathischer Privatdetektiv werdet, sondern wie ihr messerscharfe Schlussfolgerungen ziehen könnt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Ihr wisst es selbst, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Wir müssen auf der einen Seite zwar an uns arbeiten, an unserer Rhetorik, an unserer Stimmmodulation und natürlich auch an unserer Körpersprache, aber wir müssen auch auf andere achten und zuhörerorientiert kommunizieren. Ganz wichtiges Stichwort und deswegen ist es auch so wichtig, Schlüsse über andere Personen richtig treffen zu können, denn an sich ist jeder von uns, auch wenn er kein Sherlock Holmes ist, eine Schlussfolgerungsmaschine. Wir beobachten unsere Umwelt und ziehen dann oft unbewusste und vorschnelle Schlüsse, die dann sehr schnell auch zu Missverständnissen oder Problemen führen können, weil wir irgendwelche Vorurteile haben, die unser Gehirn dann immer wieder bestätigen möchte. Und deswegen gebe ich euch in diesem Video konkrete Schritte mit, wie ihr selbst ein kleiner Sherlock Holmes werden könnt. Aber ganz wichtig, ich werde euch auch Übungen mitgeben und das ist eine Fähigkeit, die ihr erlernen und immer wieder trainieren müsst. Das ist nichts, was von heute auf morgen kommt, sonst würde es ja jeder können, sondern das ist wirklich eine Sache, die immer wieder geübt werden muss. Ihr werdet es gleich auch an den Schritten sehen. Ich habe mich auch einige Zeit sehr intensiv damit beschäftigt und habe jetzt immer noch positive Folgen davon. Beispielsweise für Analysen sehe ich einfach andere Dinge schneller und kann schneller bessere Schlussfolgerungen treffen. In der heutigen Buchempfehlung kann ich euch das Buch Lexikon des Unbewussten mitgeben. Ein sehr, sehr gutes Buch, das sehr anschaulich aufzeigt, welche Effekte unser Unbewusstes denn hat und wie unser Alltag dadurch beeinflusst wird. Sehr interessant, mit sehr augenöffnenden Erkenntnissen. Wer sich für das Unbewusste interessiert, dem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Fangen wir gleich mal an mit Punkt Nummer 1, dem Wahrnehmen. Bevor wir Schlussfolgerungen treffen können, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir erstmal Daten sammeln in wissenschaftlicher Manier und erstmal unser komplettes Umfeld besser wahrnehmen. Die meisten Leute würden sagen, beobachten und das ist natürlich auch der wichtigste Sinn. Erstmal visuell zu sehen, was um uns herum passiert. Unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, alles zu sehen, was um uns passiert. Das denken vielleicht viele, aber es ist tatsächlich so, dass wir nur sehr, sehr wenig wahrnehmen. Wir haben eine sehr, sehr kleine selektive Wahrnehmung, was auch sehr gut so ist, weil normalerweise wird unser Gehirn sofort durchbrennen, wenn wir alles wahrnehmen würden. Aber trotzdem, wenn ihr bessere Schlussfolgerungen ziehen wollt, müsst ihr erstmal viel wahrnehmen in der Umwelt. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Wahrnehmungsübung, die jetzt mal aufs Visuelle beschränkt ist. Setzt euch irgendwie an einen ruhigen Ort hin, vielleicht erstmal an einen gewohnten Ort, vielleicht in euer Zimmer, auf den Stuhl oder auf euer Bett und dann schließt mal kurz die Augen. Atmet ein paar Mal ein und aus und wenn ihr dann zur Ruhe gekommen seid, öffnet eure Augen. Dann scannt ihr ganz analytisch euer Blickfeld von rechts nach links oder von links nach rechts, wie auch immer und dann schaut ihr euch genau an, was sind die kleinen Details, die ihr nun wahrnehmen könnt. Ihr seht nun die Farben viel klarer. Ihr seht vielleicht, wo irgendwie der Schramme ist, wo irgendwas aus einem Buch rausschaut oder wo eine Sache vielleicht ein bisschen falsch angeordnet ist oder ein bisschen schief steht. So werdet ihr Dinge wahrnehmen, die ihr normalerweise nie wahrgenommen hättet. Ist auch normalerweise gut so, aber für das höhere Wahrnehmen ist es ganz wichtig, auch den Fokus darauf auszurichten. Denn unser Gehirn kann viel mehr sehen, als es normalerweise sieht. Wir müssen nur, wie gesagt, den Fokus darauf lenken. Du wirst wahrscheinlich auch jetzt nicht auf das Regal hinter mir achten, außer jetzt. Jetzt wirst du wahrscheinlich darauf gucken, weil ich den Fokus darauf gelenkt habe. Das kannst du dann immer mehr steigern und irgendwann kannst du natürlich auch andere Leute beobachten. Du kannst dich in einen Café setzen und dir anschauen, was haben denn andere Leute an. Oft sind die ganz kleinen Details, irgendeine Narbe, irgendein Accessoire, haben eine größere Bedeutung, als dass wir sie normalerweise wahrnehmen würden. Wenn wir aber jetzt auditiv, also Töne wahrnehmen wollen, dann ist es auch sehr sinnvoll, einfach mal die Augen zu schließen und uns irgendwo hinzusetzen. Beispielsweise in die Natur oder an eine Straße. Und dann werden wir anfangs natürlich die relativ auffälligen Reize wahrnehmen. Beispielsweise, wenn ein Auto vorbeifährt oder wenn relativ neben uns ein sehr lauter Vogel zwitschert. Das ist auch anfangs gut so, aber wenn ihr dann immer mehr den Fokus auf euer Hören lenkt, nicht was ihr gerade denkt und auch nicht was ihr seht, weil ihr ja die Augen geschlossen habt, dann werdet ihr auch viel mehr wahrnehmen. Irgendwo in der Ferne reden zwei Leute miteinander. Irgendwo wird ein Fenster geschlossen. Irgendwo ist jemand in einem Schlüsselbund runtergefallen. Das sind ganz, ganz kleine Dinge, die ihr normalerweise anfangs nicht hören werdet, die aber mit der Zeit immer mehr kommen, weil ihr euren Fokus dann auf die auditive Welt quasi legt. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Daten erhoben. Wir haben jetzt ganz, ganz viele einzelne Puzzlesteine und diese müssen wir jetzt zu einem größeren Bild zusammenfügen. Und da kommen wir zu Punkt Nummer 2. Strukturieren. Schau dir an, wo findest du Muster? Wo sind Sachen immer wieder gleich? Dieses Auto kommt immer wieder zur gleichen Uhrzeit hierher oder immer am gleichen Tag. Die Person, die kratzt sich immer nach der Zeit hier irgendwo an besonderen Stellen. Wo findest du Sachen, die immer wieder passieren? Dieses, bei der einen Person sind alle Regale sehr gut strukturiert. Bei einer anderen Person sind sie gar nicht strukturiert. Deswegen schau dir an, wo du Strukturen findest, wo du Muster findest. Und zu diesem zweiten Punkt gehört auch, wo du Sachen findest, die eben aus diesen Mustern rausfallen. Das ist auch oft sehr interessant. Eine Person, die normalerweise sehr ruhig ist, aber dann in manchen Situationen eben aus diesem ruhigen Muster herausfällt, dann müssen wir besonders darauf achten, weil es eben eine Situation ist, die nicht zu dem Normalverhalten passt und deswegen eine besonders hohe Aussagekraft hat. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Der ist auch sehr wichtig. Und zwar Wissen ansammeln. Wenn du sehr viel wahrnimmst, dann ist es an sich eine ganz nette Sache. Aber erst mit dem richtigen Wissen triffst du auch die richtigen Schlussfolgerungen. Deswegen ist es sehr wichtig, und das kennen wir auch von Sherlock Holmes, sich sehr, sehr viel Wissen anzueignen. Ich rate dir vor allem, in zwei Bereichen Wissen anzueignen. Erstens allgemeines Wissen. Klassisches Beispiel, eine Person, das beobachtest du im ersten Schritt, ist auf der einen Seite so ein bisschen gelähmt. Was könnte das ein Anzeichen für sein? Das weißt du wahrscheinlich nur und kannst nur die richtige Schlussfolgerung treffen, wenn du auch das richtige Wissen dazu hast. Was bedeutet das, wenn eine Person sich so und so verhält? Wenn eine Person errötet? Wenn eine Person, was weiß ich, die ganze Zeit sich irgendwo kratzt? Das sind besondere Dinge, die du im allgemeinen Wissen lernen kannst. Deswegen ist es wichtig, viel Wissen anzueignen. Und zweitens, zum speziellen Wissen rate ich dir, in dem Bereich, in dem du dich weiterbilden möchtest, dich auch weiterzubilden, also in deinem Interessengebiet, sei es jetzt die Naturbeobachtung, sei es jetzt chemische oder biologische Phänomene oder bei mir beispielsweise Sprachmuster, Kommunikation oder nonverbale Kommunikation, also körpersprachliche Signale. Wenn du dir Wissen in diesen insgesamt großen Bereichen, also wann ist was passiert in deiner Umgebung, was sind normale Verhaltensweisen von Menschen, oft psychologische Dinge, aber auch dann halt im zweiten Punkt, dieses spezielle Wissen in deinem Fachgebiet, wenn du darüber viel mehr lernst, dann wirst du auch, und damit kommen wir zum vierten Schritt, bessere Schlussfolgerungen treffen. Viertens sind dann die Schlussfolgerungen. Schlussfolgerungen sind an sich relativ einfach. Wenn du sehr viel wahrgenommen hast, erster Schritt, sehr viele Muster erkannt hast und Sachen, die aus den Mustern rausfallen, dann das richtige Wissen hast, da ist der vierte Schritt, die Schlussfolgerungen relativ einfach zu machen. Trotzdem kann ich dir auch hier empfehlen, eine kleine Übung mal auszuprobieren. Setz dich wieder in dein Zimmer und setz dich irgendwo hin, schließ die Augen, öffne die Augen und dann beobachte deine Umgebung wie im ersten Schritt, nur jetzt treffe Schlussfolgerungen. Jetzt weißt du wahrscheinlich die meisten Sachen, die in deinem Zimmer sind, warum die so angeordnet sind, deswegen hast du schon das Wissen. Aber umso interessanter ist es, zu beobachten oder zu Schlussfolgern, welche kleinen Dinge, welche Details, welche große Aussagekraft haben können. Denn dann wirst du sehen, Moment mal, hier liegt was auf dem Boden. Hier ist die Person wohl schnell rausgerannt. Du weißt es natürlich, du bist wahrscheinlich letztes Mal schnell rausgerannt, da ist dir irgendwas runtergefallen und dann weißt du dieses Wissen schon. Aber damit siehst du auch, dass du mehr in deine Umwelt interpretieren kannst, als man im ersten Moment machen würde. Deswegen ist es sehr interessant, das auch mal einfach auszuprobieren, vielleicht in einer gewohnten Umgebung, bei denen du die Schlüsse sowieso schon kennst oder die richtigen Schlussfolgerungen schon kennst und einfach mal deine Umgebung beobachten und Schlüsse ziehen, bei denen du weißt, dass sie richtig sind. Natürlich kannst du dann auch immer weiter das vergrößern und deine Beobachtungen in der Außenwelt immer mehr zu Schlüssen folgern. Am Anfang habe ich gesagt, es gibt 4 plus 1 Schritte oder Punkte. Was meine ich damit? Es gibt auch eine zusätzliche Sache, die könnte man zum ersten zählen, weil sie auch zum Bereich Wissenserwerb gehört, aber sie hat wenig mit Wahrnehmung zu tun, weil es kein passiver Prozess ist, sondern weil es wirklich ein aktives Nachfragen ist. Und damit kommen wir zum 4.1. Schritt, wie auch immer, und zwar Fragen stellen. Wer eine gute Fragetechnik hat, der kann bei anderen immer mehr Informationen sammeln, als er sonst erfahren würde. Und das ist sehr interessant, denn nicht nur das Wahrnehmen, nicht nur das Beobachten liefert uns Informationen, sondern auch das bewusste Erfragen. Das ist an sich eine banale Sache, aber wir nutzen es viel zu wenig. Viele Leute geben sehr viel Preis, wenn wir sie nur danach fragen würden. In der guten Fragetechnik für Deduktion sind zwei Fragen besonders interessant. Erstens, die offenen Fragen. Offene Fragen sind Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Wenn ich beispielsweise frage, wie war der Abend? Dann kann eine Person sehr viele Informationen mir geben. Ihre Beobachtung mir schildern. Ihre Schlussfolgerung mir schildern. Ihr Wissen mir schildern. Und das ist im ersten Schritt sehr wichtig. Es ist anfangs nicht sehr ratsam, gleich Ja-Nein-Fragen oder Alternativfragen zu stellen, sowas wie, war die in dem oder in dem Restaurant, war die Person dabei oder war sie nicht dabei? Das sind Fragen, die anfangs nicht sehr sinnvoll sind, weil genau wie bei der Wahrnehmung wollen wir erstmal eine sehr, sehr große Datenmenge erheben und dann selbst aussieben, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Aber, und da kommen wir zur zweiten Fragetechnik, Präzisierungsfragen sind am Schluss oder wenn wir mehr zu den richtigen Schlüssen kommen wollen, dann auch ganz interessant, wenn wir wirklich eine Sache nochmal besonders präzise erfragen wollen. Einfach eine Sache nochmal tiefer erfragen wollen. War diese Person dabei? Wart ihr dann und dann schon zu Hause? Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Das Lexikon des Unbewussten ist in der Videobeschreibung verlinkt. Große Buchempfehlung dieses Mal von mir. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.